Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Am Mittwoch haben wir hier in der Kirche einen ökumenischen Gottesdienst zum Aschermittwoch gefeiert. Wer wollte, bekam mit Asche gezeichnet ein Kreuz auf die Hand oder auf die Stirn. Die Asche ein Zeichen der Vergänglichkeit. Die Asche aber auch ein Zeichen des kraftvollen Feuers, das Wärme und Licht und Reinheit bringt. Die Asche ein Zeichen unserer menschlichen Vergänglichkeit. Daran denken wir am Beginn der Passionszeit. Am Ende der Passionszeit aber steht nicht der Tod, das Vergängliche, sondern das strahlende Licht von Ostern. Dieser Sonntag heißt Invokabit. Wieder nach einem Psalmwort der Name ausgesucht. Und Invokabit, er ruft mich an. Er ruft mich an, darum will ich ihn erretten. Was uns Halt gibt in dieser Welt, das ist unsere Suche nach Gott. Wenn wir ihn anrufen, ihn um Hilfe bitten, dann können wir Rettung finden. Amen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Unter dem Schatten deiner Flügel, Gott, bin ich geborgen, und unter deinem Schirm bin ich wohlbehütet. Du bist für mich wie eine Burg, auf der ich geborgen bin, wie ein Fels, auf dem ich sicher wohne. Du gibst mir Hoffnung, dass ich nicht verloren gehe, und schenkst mir Zuversicht, dass ich vor Gefahr bewahrt werde. Du errettest mich aus den Stricken des Jägers und bewahrst mich vor tödlicher Krankheit. Deine Wahrheit ist mir wie ein Schild. Sie bewahrt mich vor den Pfeilen, die des Tages fliegen, und vor den Gefahren der Nacht. Unter deinen Fittichen beschützt du mich mit deiner Liebe und schenkst mir Zuflucht vor der Pest, die mich verderben will. Du bist meine Zuversicht, Gott, und meine Zuflucht. Kein Übel wird mich herabziehen und keine Plage mich dauerhaft bedrohen. Denn du, Gott, hast deinen Engeln befohlen, dass sie mit mir sind auf meinen Wegen, dass sie mich bewahren vor dem Übel und ich meinen Fuß nicht an einen Stein stoße. Ich werde meinen Fuß auf Löwen und Ottern setzen und Raubtiere und sogar Drachen niedertreten. Unter dem Schatten deiner Flügel, Gott, bin ich geborgen, und unter deinem Schirm bin ich wohlbehütet. Ein feste Burg ist unser Gott, ein guter Wehr und Waffen. Er hilft uns frei aus aller Not, die uns jetzt hat betroffen. Der altböse Feind, mit Ernst, der's jetzt meint, groß macht und viel ist, sein grausam Rüstung ist. Auf Erd ist nicht seinsgleichen. Lesung aus dem ersten Buch Mose im dritten Kapitel Die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sprach zu der Frau, ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Da sprach die Frau zu der Schlange, wir essen von den Früchten der Bäume im Garten. Aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt, esset nicht davon, rühret sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Da sprach die Schlange zur Frau, ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tage, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon und er aß. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Sturze. Und sie hörten Gott den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn zwischen den Bäumen im Garten. Und Gott, der Herr, rief Adam und sprach zu ihm, wo bist du? Und er sprach, ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich. Und er sprach, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, du solltest nicht davon essen? Da sprach Adam, die Frau, die du mir zugesellt hast, gab mir von dem Baum und ich aß. Da sprach Gott, der Herr, zur Frau, warum hast du das getan? Die Frau sprach, die Schlange betrog mich, sodass ich aß. Da sprach Gott, der Herr, zu der Schlange, weil du das getan hast, seist du verflucht, vor allem Vieh und allen Tieren auf dem Felde. Auf deinem Bauche sollst du kriechen und Staub fressen dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Und zur Frau sprach er, ich will dir viel Mühlsaal schaffen, wenn du schwanger wirst. Unter Mühen sollst du Kinder gewähren. Und dein Verlangen soll noch deinem Mann sein und er soll dein Herr sein. Und zum Mann sprach er, weil du gehorcht hast der Stimme deiner Frau und gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen. Verflucht sei der Acker um deine Quillen. Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen. Und du sollst das Kraut auf dem Felde essen. Im Schweiße deines Angesichtes sollst du dein Brot essen, bis du wieder zur Erde wirst, davon du genommen bist. Denn Staub bist du und zum Staub kehrst du zurück. Und Adam nannte seine Frau Eva. Und sie wurde die Mutter aller, die da leben. Und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Röcke von Fällen und zog sie ihnen an. Und Gott, der Herr, sprach. Siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer und weiß, was gut und böse ist. Nun aber, dass er nur nicht ausschrecke seine Hand und nehme auch vom Baum des Lebens und esse und lebe ewiglich. Da wies ihn Gott, der Herr, aus dem Garten Eden, dass er die Erde bebaute, von der er genommen war. Und er trieb den Menschen hinaus und ließ lagern vor dem Garten Eden die Cherubin mit dem flammenden, blitzenden Schwert zu bewachen den Weg zu dem Baum des Lebens. Mit unserer Macht ist nichts getan, wir sind gar bald verloren. Es schreit für uns der rechte Mann, den Gott hat selbst erkoren. Fragst du, wer der ist? Er heißt Jesus Christ, der Herz über Ort und ist kein anderer Gott. Das Feld muss er behalten. Und wenn die Welt voll Teufel wär und wollt uns gar verschlingen, so fürchten wir uns nicht so sehr. Es soll uns doch gelingen, der Fürst dieser Welt, wie sauer er sich stellt, tut er uns doch nicht. Das macht er ist Gericht, ein Wörtlein kann ihn verhellen. Das Evangelium steht bei Matthäus im vierten Kapitel. Jesus wurde vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht würde. Und da er vierzig Tage und vierzig Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Und der Versucher trat herzu und sprach zu ihm. Bist du Gottes Sohn? So sprich, dass diese Steine Brot werden. Er beantwortete und sprach. Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm. Bist du Gottes Sohn? So wirf dich hinab. Denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln für dich Befehl geben. Und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Da sprach Jesus zu ihm, wiederum steht auch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Wiederum führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm, das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbietest. Da sprach Jesus zu ihm, weg mit dir, Satan. Denn es steht geschrieben, du sollst anbeten, den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel und siehe, da traten Engel herzu und dienten ihm. Auf meinen lieben Gott, trau ich in Angst und Not. Der kann mich allzeit retten, aus Trübsal, Angst und Nöten. Mein Unglück kann er wenden, steht als in seinen Händen. Ob mich mein Sündern ficht, will ich verzagen nicht. Auf Christus will ich bauen und ihm allein vertrauen. Ihm tu ich mich ergeben, im Tod und auch im Leben. Ob mich der Tod nimmt hin, ist Sterben mein Gewinn. Und Christus ist mein Leben, dem tu ich mich ergeben. Ich sterb heute oder morgen, mein Seel wird er versorgen. Versuchung Die Fernsehgucker unter Ihnen denken vielleicht an Schokoladenwerbung. Die süßeste, die zarteste Versuchung. Und die Werbung ist darauf angelegt, dass wir der Versuchung nachgeben. Es ist nicht weiter schlimm, wenn wir der Versuchung erliegen. Eher im Gegenteil. Jedenfalls aus Sicht der Werbeindustrie. Versuchung So wie wir es im Alltag verwenden, hat das Wort keine existenzielle, bedrohliche Bedeutung. Sondern es ist eher Ein Stückchen Schokolade. Wenn Schüler über Versuchung nachdenken, dann fällt ihnen als erstes ein der Test. Wenn der Mathelehrer sagt, Bücher zu, Zettel raus, ich diktiere euch eine Aufgabe, um zu sehen, ob ihr auch wirklich alle Aufgaben gemacht habt. Versuchung Ein Test, wie ein Lehrer es mit uns macht. Solche Geschichten sehen wir in der Bibel auch. Versuchung Da geht es um etwas wirklich für unser Leben Bedrohliches. Da ist die Schlange, die listig ist und einflüstert. Von dieser Frucht ist es doch gut essen. Das ist nicht so gemeint. Und wir erliegen ganz oft diese Versuchung. Da gibt es ein Verbot, da gibt es ein Wissen im Hinterkopf. Aber wir trauen eher unseren Augen. Da steht ein Schild. Vorsicht, 30 fahren. Aber wir trauen uns zu. Wir können doch schneller fahren. Die Straße sieht doch gut aus. Wir sehen angeblich saubere Energiequellen. Es sieht doch gut aus. Was interessiert uns, was Wissenschaftler über Ozon und Ähnliches erzählen. Erderwärmung, das sieht man doch nicht. Wir glauben nur dem, was wir vor Augen haben und nicht dem, was uns gesagt ist. Die listige Schlange, die Frage, die sich uns immer wieder aufs Neue stellt. Wem vertrauen wir mehr? Dem, was uns gesagt ist oder dem, was uns vor Augen liegt, was unser Verstand, unsere Augen, unsere Hände uns nahe legen. Und Jesus, 40 Tage hat er gefastet. Hunger muss er gehabt haben. Und dann die Überlegung, als Sohn Gottes aus diesen Steinen Brot machen, wie gut wäre es. Aber Jesus, er ist Mensch geworden, um unseren menschlichen Weg zu gehen. Auf den Weg der Schwäche und des Scheiterns hätte er dieser Versuchung nachgegeben. Seine Aufgabe wäre gescheitert. Macht haben. Das Angebot, du kannst alles haben, das wird uns immer wieder gemacht. Aber dann freiwillig zu sagen, nein, ich brauche nicht alles, ich brauche nicht mehr. Ich habe das, was ich brauche. Ich kann verzichten. Ich kann mich einschränken. Ich brauche nicht immer mehr Wachstum, nicht immer mehr Güter, nicht immer mehr Macht. Ich habe genug. Ich brauche nicht mehr. Und führe uns nicht in Versuchung. Beten wir im Vaterunser. Die Verse davor zeigen uns, worum es geht. Es geht nicht darum, dass Gott uns eine fiese Falle stellt, um zu testen, ob wir auch wirklich gehorsam sind. Es geht um die Möglichkeiten, die er uns schenkt. Wir bitten um unser tägliches Brot. Wir bitten um Sündenvergebung, um Schuldvergebung. Und die Gefahr, in der wir sind, das Brot, was wir bekommen, nur für uns zu behalten und es nicht zu teilen. Die Gefahr, in der wir sind, das Brot zu nehmen, ist als unser Verdienst, unsere Leistung zu sehen. Und nicht als Geschenk, das wir aus Gnade vom liebenden Gott bekommen. Und auch die Gefahr, dass wir selber für uns nicht auf Vergebung hoffen, sondern in eigener Schuld verstrickt bleiben. Gott schenkt uns Gaben, Begabungen. Wir sollen und können sie richtig nutzen. Das ist die Versuchung, in der wir sind. Die Dinge für uns zu behalten, sie nicht weiterzugeben, sie nicht zu teilen. Adam und Eva, denen gehen die Augen auf. Als sie von der verbotenen Frucht essen, begreifen sie, wir sind in der Lage, Böses zu tun und in der Lage, Gutes zu tun. Wir Menschen haben die Fähigkeiten zu beiden. Dass wir uns richtig entscheiden, dass wir das Gute tun auf das Gute vertrauen. Das ist unsere Aufgabe in diesem Leben. Wir können es, wenn wir auf Gott vertrauen, wissen, dass wir fehlerhafte Menschen sind, die auf Gottes heilsames Wirken angewiesen sind. Aber Gott ist an unserer Seite. Die Passionszeit erinnert uns daran, dass Gott uns in diesen schwierigen Entscheidungen, in unserer eigenen Verlorenheit und Schwachheit nicht alleine lässt. Er geht an unserer Seite. Er lässt sich den Versuchungen aussetzen, die auf unser Leben bedrohen. Weil Gott an unserer Seite ist. Darum können, dürfen wir vertrauensvoll leben. Amen. O mein Herr Jesu Christ, der du geduldig bist, für mich am Kreuz gestorben hast mir das Heil erworben. Auch uns allen zugleiche, das ewig Himmel reiche. Amen zu aller Stund, sprech ich aus Herzensgrund. Du wolltest selbst uns leiten, Herr Christ, zu allen Zeiten. Auch, dass wir deinen Namen ewiglich preisen. Amen. Lasst uns beten. Herr unser Gott, du schenkst uns so viele Möglichkeiten. Möglichkeiten zum Handeln, Möglichkeiten zum Hören, Möglichkeiten zum Reden. Wir bitten dich, hilf du uns im Gewirr der Stimmen deine Stimme zu hören. Hilf du uns, die Gaben, die du uns schenkst, in deinem Sinne anzuwenden. Dass wir weitergeben, was du uns schenkst. Die Liebe, die wir empfangen. Die Nahrung, die wir empfangen. Die Freiheit, die wir empfangen. Das Vertrauen, den Glauben, den wir empfangen. Mache du uns zu Werkzeugen deines Friedens in dieser Welt. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich. Er schenke dir Frieden. Amen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020